Moin moin, das ist deine Chris. Willkommen zurück zu Soma. Wir sind ja letztens in den Surferraum runtergestiegen und haben Bekanntschaft mit einem netten Viech gemacht. Da sind wir diese Tür erwartet, aber wir müssen da ja rein, um den Surfer oder den Hauptrechner irgendwas wieder anzuschalten. Da freue ich mich ja drauf. Aber so richtig. Okay. Ne, das sollte man ja nicht auslassen. Aber ich weiß nicht, was das für ein Viech hieß, ob es auch blind ist. Ich habe keine Ahnung. Da ist die Frage, wo genau ist es gerade? Ich glaube, direkt vor mir. Oh, shit, Alter. Fühlt sich das um? Ich gehe mal kurz da vorbei. Oh, shit. Okay, ich würde wahrscheinlich kaum was sehen gerade. Hast du die Surfer-Lichter hier? Aber er steht direkt vor mir. Er geht wieder weg, super. Oh, nein! Oh, Gott. Kriege ich einfach. Ein zweites? Nee, oder? Nee, okay, kein zweites. Da ist die Konsole. Super. Wie setzen die den Router zurück? Kannst du mich verarschen? Wie soll ich jetzt den Router zurücksetzen? Oh, da, oder? Ja, komm ruhig her. Ist mir egal. Kommt sie echt? Da ist er. Boah, was ein Arschloch. Aber ich glaube nicht, dass der irgendwie lichtanfällig oder so ist. Ich gehe, ich gehe, ich gehe. Das war laut. Das war laut. Ja, da ist er. Hallo. Hallo. Hey. Da verpiss dich besser. Danke. So. Was? Okay, wo ist der Schalter? Da, okay. Ich dachte, ich muss jetzt irgendwie weglaufen. Okay, der Haupttechniker ist online. Super. Ho, ho. Alter, ich bin so ein Pro. Ich habe das geschafft. First try. Okay, ich soll meinen Maul halten. Ich soll meinen Maul halten. Ah, lauf bitte. Ich will einfach hier raus. Ah. Oh, Alter. Super. Wir haben das geschafft. Wow. Das Haupttechniker ist jetzt online. Das musste ich hier anschalten. Um oben weiterzukommen. Oh, der arme Alter. Aber ich glaube, der hätte mich auch angegriffen. Der kommt aber nicht mehr raus, oder? Da war nichts. Okay. Bloß hier hoch. Hätten wir wenigstens schon mal einen Schritt geschafft. Aber oben wartet ja so ein Monster von da unten. Deshalb habe ich da jetzt irgendwie keine Lust drauf, aber naja. Was war das da? Oh, oh. Hallo. Ich gehe da nicht hin. Das ist mir egal. Auf jeden Fall Ist da auch brechen jetzt an. Ich frage mich, haben wir letztes Mal nach rechts geguckt nochmal? Ich meine schon, oder? Wir haben ja die ganze Sequenzile durchsucht. Ja, hier war ich schon drin, okay. Aber vielleicht können wir jetzt was Neues machen. Ah. Hier können wir irgendwie was angucken. Scan-Raum. Okay, und hier? Nee. Kann man Omnitool irgendwo reinstecken? Nein. Ich glaube, den haben wir uns schon angehört, den Buffer. Ja. Okay. Dann. Hieran. Und jetzt haben wir ja schon, oder? Das ganze Zeug angehört. Löschen. Alles klar. Genau, wir haben einfach unsere Daten abgeholt. Aber wir brauchen eigentlich nichts mehr jetzt. Ich glaube, da war von vorne heran alles verfügbar. Okay. Hier waren aber noch ganz viele andere Rechner, oder? Im Vorraum. Nicht? Bestimmt, hier waren noch ein paar Rechner. Wir müssten jetzt alle wieder gehen. Ah ja, super. Scan-Log. Alle mögliche Scheiße. Zeitplan. Jetzt scan die ganzen Computer wieder. Das Clip... Clip... Äh, Dings mit Scan-Daten einsetzen. Ein Chip. Okay. Stimmt, hier gab es ja Chips und so. Sind die alle gleich? Kann man das irgendwo einsetzen? Wahrscheinlich nicht. Nee. Aber wir müssen den Rechner nicht umsonsten durchstarten. Deshalb, schauen wir mal. Ist das nicht wichtig hier, geradeaus? Broken. Ah, hier, hier, hier. Nice, super. Sweatschip. Before working with my initials for the start of the cypher program. Da, super. Sweatschip. Lade Scan-Daten. So. There should be a list of people. Oh, God. See if there's anyone who could know a security cypher. Security code. Beim Bau helfen. Hm. Robotertechnik. Schauen wir mal, ob der was kann. Ob er was weiß. Sehr froh. I'll just load him up and get the simulator going. There we are. What are we doing exactly? We're gonna have a talk with Mr. Wong. Use the computer to activate the simulation. Okay. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up. Bastard. What? What happened? Where did everyone go? Take it easy, Mr. Wong. Chun? What happened? I can't see anything. There's nothing here. It's okay. It's all part of the scan. No, no. That's a lie. You're lying. Okay. Calm down, Mr. Wong. No, 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 no. Well, why are you doing this to me? I trusted you, Chun. I trusted you. Oh, that's clear. I mean, he's a perfect scan. He's meant for the Ark. He's the real deal. And we turned him off. Took it all away again. I really thought that was gonna work. Maybe we can try again. Yeah, definitely. That wasn't so bad. Stramar really got me worked up. Bastard. What? What happened? Oh, so break. Where did everyone go? Mr. Wong. Chun? What happened there? I can't see anything. There's nothing here. There's no need to worry. No, no, that's a lie. Wait. Simon, you just reset the simulation. I know it, but I thought you were going to be stressed. Excuse me, brother. Took me off. That was so bad. Stramar really got me worked up. Bastard. What? What happened? Where did everyone go? Nothing. Take it easy, Mr. Wong. Chun? What happened there? I can't see anything. There's nothing here. Don't worry, Mr. Wong. It'll all get better. No, no, that's a lie. You're lying. Don't get upset, Mr. Wong. No, 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 no. Well, why are you doing this to me? I trusted you, Chun. I trusted you! Don't worry, we need something else. Umgebung, where you... Moment mal. Hä? Can I just another one take, or what? Fast. Do-do-do-do-do. Und ich brauche echt noch andere Sachen, damit sich der Wohler fühlt. Da stand ja schon Umgebung da und so. Ich meine, ich habe ja schon einen Chip, den ich brauche. Es ist scheißegal. Das wird nicht das Problem sein. Ich brauche eine andere Umgebung. Vielleicht kann ich hier noch mehr draufladen. Mal schauen. Okay. Ich glaube, ich verpisse mich mal, oder? Was ist hier? Da braucht mir, glaube ich, nichts mehr. Ah, ne, guck mal hier. Strand. Wieso habe ich hier keinen Zugriff drauf? Moment, Moment, Moment. Wo stecke ich das Ding rein? Da ist ja gerade direkt die Lösung vor mir. Kein externes Gerät erkannt. Ähm. Hat das damit was zu tun? Äh. Vielleicht lasse ich das einmal drinstecken. Äh. Okay, ich wüsste aber nicht, wo ich das rein tun kann. Ich nehme mal den Chip mit und gehe mal wieder nach unten. Da, wo das eine Viech war. Da ging es nämlich auch noch ein bisschen weiter. So, jetzt muss ich mich aber wieder in Acht nehmen vor dem Licht. Licht. Witz, ich gehe nicht wieder an. Dann da vorne, guckst du noch weiter. Also, ich habe etwas Neues gesagt jetzt. Ach, wirklich? Ach, super. Okay, jetzt müssen wir hier hin. Kennenlernen. Okay, was geht mit Brandon? Finden wir bei ihm auch Zampons? Bon normal. Chinese, Hongkong. Vielleicht können wir so einen Sack Reis neben ihm programmieren oder so. Fühlt sich bestimmt ein bisschen wohler. Seine Frau oder so? Cute. Cute. Äh. Okay, alles andere wird wahrscheinlich egal sein. So, vielleicht noch ein bisschen weiter. Ah, ja, cool. Ist das ja eine Nahe, also eine Eltern, okay. Ah, ja, okay. Ja, kommt der Sache näher. Mmh, mmh. Alice und Brandon sind definitiv ein Item. Okay. Sollen wir jetzt in den Raum von Alice reingehen? Moment mal. Sollte vielleicht mal das Licht anmachen, ich Idiot. Okay, ich glaube... Ich suche mal ihren Raum ab. Tada. Strohmeier, okay. Braucht keine Sau. Martin Fischer. Hier war doch das Viech dahinter, ne? Obwohl, da sind echt noch mehr Räume, da muss ich garanziert rein. Oh, da hören wir sich schon wieder rumwüten. Alice Costa. Hm. Die ist definitiv ein Raum weiter weg, aber... Habe ich ja alles gefunden in Brantons Zimmer? Ein paar coole Fotos. Fairchild Award. Okay. Vielleicht ist der hier, nutzt du dir das vor? Okay, war also doch wichtig. Ah, siehst du mal. Ja, ich auch. Ich gehe mal zurück. Und jetzt ist das Licht, pass auf, pass auf. Okay. Habe ich mal zurück. Wie wenige Monster, desto besser. Moment. So. Gut. Alice. Ja, eine Umgebung, eine andere wäre natürlich auch nice, aber... Na ja, komm. Vielleicht geht's ja jetzt, wenn er seine Freundin hört. Oh, das war nicht so schlecht. Stromart hat mich wirklich verbrannt. Bastard. Alles ist okay, jetzt. Alice, was ist in der Raum? Nichts, nichts. Es muss ein Scam, die dir sehen. Warum schaffst du so? Ich bin normal. Wie immer. Werden du bist, du besser rauskriegst. Oh, oh. Keine Angst, ich brauche deine Hilfe. Was ist das denn? Was hast du mit mir getan getan? Was hat er mit Alice getan? Und wenn sie hier rauskriegst, werde ich dich enden. Hohoho. Do we need to turn it off? Can we just keep them alive until we've got the Cypher? The longer he's exposed to the computer model, the more he'll get hung up on it. So, what's wrong with letting him settle in a little? It would drive him insane. So let's keep the session short and the supper into a minimum. Also, mal wieder abbrechen. Wie ist das jetzt von vorne los, oder? Das war nicht so schlecht. Das war so schlecht. Du wirst mich wirklich verraten. Bistur. Ah, das ist toll. Ich bin froh, dass du dir gut bist. Alice, was hat mit der Runde getan getan? Nichts, nichts. Es muss sein Scam machen, dass du Dinge sehen kannst. Warum schaffst du so? Was hast du gesagt? Honey? Werden du bist, du besser rauskriegst. Das ist nicht was du denkst. Wir sind die guten Leute. Was ist das denn? Was hast du mit mir getan getan? Was hast du mit Alice getan getan? Wenn sie es sie verraten, dann werde ich dich enden. Simon, was zur Hölle? Wir müssen das tun. Das war nicht so schlecht. Stromau hat mich wirklich verraten. Bistur. Vielleicht müssen wir uns das einfach nur durchlaufen lassen. Und wenn es sich sagt, abbrechen. Aber das ist schon ein bisschen nervig. Nichts hat sich verändert. Alles ist okay. Warum schaffst du so? Ich? Warum schaffst du so? Woher du bist, gehst du zur Hölle von hier rauskriegst. Nicht schaffst du, ich brauche deine Hilfe. Was ist das denn? Was hast du mit mir getan? Was hast du mit Alice getan? Und wenn sie sie verraten, dann werde ich dich enden. Simon, wir brauchen etwas Neues, um zu arbeiten. Ja, wir brauchen auch irgendeine Umgebung. Ich weiß, aber... Die Umgebung hatten wir da hinten im anderen Raum, aber ich habe keinen Steckplatz gefunden für so einen Chip. Was ist das? Was ist das? Das war ein zweiter Chip. Hä? Okay. Wir haben ihn auf jeden Fall mitgenommen. Das ist also wichtig. Alles klar. Ja, genau. Alles klar. Das ist so mies versteckt. Leck mich. Strand, Skihütte. Verträglicher Außentest. Strand. Hervorragend. Daten von Wauke rekonstruiert nicht verwenden. Will mal den Strand. Ist bereits auf dem... Verhalten? Scan-Raum. Okay, wir brauchen anscheinend den Scan-Raum. Gut, gucken wir mal. Ob das gereicht hat. Nein, jetzt will ich nicht... Ei, 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 ei. Ähm... Ach so, doch. Passt ja doch. Okay, machen wir mal hier... ...den Scan-Raum. Nein, das ist für mich zumindest normal, oder? Ich glaube, das ist für mich zumindest normal. Ich glaube, das geht. Ich glaube, das geht. Ich glaube, das geht. Oh Gott, das geht mir doch nicht merken, Alter. Ja, ich habe es. Ich habe es. Ich bin entschuldigung, Herr Juan. Randy. Tschüss. Wie geht mir? Nein, warte. Haha. Das tut mir leid. Ist das was wir sind? Simulations? Ja, aber das macht keinen Unterschied. Du bist noch hier. Ich bin nicht sicher, was du mit den Daten tun. Du entscheidest. Oh, okay. Wiedersehen. Tut mir schon ein bisschen leid, aber... So, jetzt habe ich allerdings ein bisschen Schiss. Ja, ich komme zurück. Wieso speichert es? Hör auf! Jetzt passiert nichts. Ich dachte, er kommt jetzt irgendwas hinterher. Also, okay. Nice. Aber wenn das hier aufgeht... Können wir einfach den Zeiffel aus Brandons Daten haben? Es ist so krass, ihn zurück zu bringen, wie wir es gemacht haben. Nein, das ist nicht möglich. Die Erinnerungen funktionieren nicht wie das. Da du bist. Ich habe nur die Erinnerung. Wir haben uns über Monate, Monate, also es braucht einen Moment. Okay. Okay, das ist es. Das ist alles. Lass uns gehen und... Huh. Das ist wunderschön. Never mind. Was musst du mir machen? Geh in den Dock. Der Omnitool kann die Tür öffnen. Und in den Dunbath. Dann plugge mich in und ich werde uns in den Abiss. So einfach leicht. Tja, das wird auch funktioniert. Okay, ich dachte... Sogar nicht mal rein. Okay, also... Die anderen Kabinen müsste ich jetzt gar nicht durchsuchen. Da hat nur irgendein Viech Hallo gesagt. Mit Omnitool schwenken. Nein. Äh... Achso, ich sollte es vielleicht mitnehmen. Verdammte Scheiße. Moment. Das wäre glaube ich eine Option. Hö. Neh... Das wäre eine Option. Hö... Dankeschön. Gut. Ne, ist super. Lass mich rein. Ich glaube kaum, dass wir jetzt einfach so abhauen können. Oh ne Was ist das denn Oh Gott Das wird wieder so ekelhaft ein Rätsel oder was Oh mein Gott Na gut schau mal Ja hol es doch mal hoch Was macht sie denn Ach da ist es Ah warte mal Okay Passt es da überhaupt durch Ja ich würde schon sagen Wahrscheinlich nicht Hm Was muss ich tun Muss es wohl kaum hier rausschieben oder Das ist der einzige Ort wo es hinpasst Hat es was hier mit zu tun Ne ich glaube nicht Hm Okay das ist ein bisschen kack Aber ich dachte vielleicht muss ich das irgendwie anheben Ah ich sehe Okay Ich bin ein bisschen gemein versteckt Was Okay Gibt es das noch irgendwo Vielleicht hier außen irgendwo Nein Mal hier gucken Das wäre aber sehr gemein Ne ok Vielleicht muss ich noch kurz was aktivieren Man das ist immer mieser Sollte eigentlich schlecht einfach sein Bla 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 Ja von wegen Hm hier war es nichts mehr alles klar Jetzt schau ich mal wie das funktioniert Ich bin ein bisschen Also vielleicht hätte ich gedacht, dass man hier einen Stecker einstecken muss. Was ist das für eine Scheiße? Ja, alles klar. Bereits. Okay. Alles okay? Ist das Boot jetzt zu schnell abdemutiert oder was? What the fuck? Was ist jetzt passiert? Käferin, ich halte es nicht aus. Was? Gut, hier rüber kommen wir wieder raus. Das ist jetzt offensichtlich, aber what the fuck? Dass es schief geht, war klar, aber what the hell? Oh man. Aber bitte sag jetzt nicht, dass der Alarm die ganzen Türen geöffnet hat. Das wäre jetzt schon ein bisschen scheiße. Alles klar. Legs match. Gut. Was ist passiert? Das würde ich gerne noch wissen, bevor der Part aus ist. Plan B, okay. Achievements Plan B, habe ich gerade bekommen. Also hier gibt es wohl einen Plan B, aber uns in mir, da kracht es irgendwie. Ist das hier nicht groß genug zum Aufstehen? Oh man, diese Geräusche. Oh, da geht es raus, super. Ich frage mich, was auf der anderen Seite gewesen wäre, aber da kriege ich jetzt nichts zurück. Hallo. Soll ich das hier mal erfahren, dass es böse ist? Ich hätte mich doch das ganze Spiel gar nicht mit dem Ding verbinden brauchen, aber das habe ich jetzt ja auch schon gemacht. Also, ist egal. Wir schauen im nächsten Part, was das hier für ein Kommandoraum ist. Auf jeden Fall zum Abschluss noch mal schön fisten. Ja, man frisst da einen anderen. Nice. Super. Was für ein geiler Schuss. Super. Also, danke fürs Zuschauen. War heute immer ein bisschen mehr Rätselspass, aber ich denke mal, der Horror kommt bald zurück. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein.